Tamara McKinney führt und Freddy Schneider war fast eineinhalb Sekunden schneller als Tamara McKinney im ersten Durchgang. 32, 83, beste Zwischenzeit für die junge Elmerin. Und wenn jetzt die Nerven halten, wenn sie jetzt weiter durchzieht durch die Tore im unteren Teil, dann ist ihr der erste Weltcup-Erfolg sicher. Sie zieht durch die Tore, sie ist eine Steuerkünstlerin. Schnell unterwegs. Wenn da nichts mehr passiert, dann sollte das reichen für den Sieg. Fast wie auf Schienen. Sie hat noch sechs Sekunden Zeit, blieb hängen mit dem Stock, aber das reicht für Vreni Schneider. 1, 14, 95, 2, 36, 56. Und das dürfte der Sieg sein, der erste Weltcup-Sieg für die sympathische, fröhliche Dame aus Elm.